Hast du schon eine Idee für deine Zukunft? Wir schon! Wir bauen Maschinen zur Herstellung von Batteriefolien und sind Entwicklungspartner für Wasserstoffbrennstoffzellen. Wir sind im Verpackungsmarkt fest verwurzelt und unterstützen Markenartikler und Drucker bei der Optimierung ihrer Produkte. Ob Lederhandtasche, Fußball oder Armaturenbrett, wir sorgen mit unseren Werkzeugen für ansprechende Oberflächendesigns. Je nach kundenspezifischem Anwendungsgebiet fertigen wir technische Walzen für das perfekte Endprodukt. Wir setzen mit unseren innovativen Flexodruckformen neue Maßstäbe in Bezug auf Langlebigkeit und Druckqualität. Wir arbeiten an innovativen Farb- und Softwareprojekten und investieren in die Entwicklung zukunftsweisender Lösungen. Wir leben eine Du-Kultur und kommunizieren auf Augenhöhe. Abonniertet-Limation Abonniertet-Limation